So große Erdbeeren wie in diesem Jahr habe ich noch nie gehabt. Und die Pflanzen, die sind auch ziemlich groß. Die Blätter, die sind so riesige Blätter und die Erdbeeren. Natürlich, ich habe das erstes Jahr gemacht und ich habe nicht so große Ernte bekommen. Aber man sagt, dass im ersten Jahr kriegt man wirklich nicht so viel Ernte. Die reiche Ernte wird im zweiten Jahr. Aber sehen Sie, ich habe überall Abdeckung von Grasabschnitten gemacht. Überall zwischen Pflanzen und Dünger habe ich auch aus den Grasabschnitten verwendet. Hier ist auch ein Beet mit Erdbeeren. Diese Beeren sind viel kleiner als die anderen. Die Pflanzen sind auch kleiner. Aber sehen Sie, ich habe dieses Bett nicht abgedeckt. Da war mir keine Zeit, bin ich nicht dazu gekommen. Obwohl die Ernte nicht schlecht ist. Aber selbe Beeren sind viel kleiner. Und die Blätter und Pflanzen sind auch viel, viel kleiner. Also in diesem Unterschied könnt ihr sehen, was, wie viel Grasabdeckung und Dünger aus dem Grasabschnitt, wie viel die ausmacht. Und die meiner Pflanzen, die mit Grasabdeckung, die sind zweimal so groß wie diese kleinen Pflanzen. Und die Beeren, die sind dick und saftig. Und diese sind auch keine schlechten Beeren, aber viel kleiner. Und die Beeren, die sind nicht mehr.